Hi Leute und willkommen zurück zu Tunik. Wir haben letztes Mal hier gestanden und... Ups, ich will auch kurz die Karte öffnen. Wir sind bei dem hier, okay. Jetzt müssen wir uns dann merken, dass hier unter so einem Turm ist, keine Ahnung. Mit dem wir aber irgendwie noch nicht wieder anfangen konnten beim letzten Mal. Schade eigentlich. Zumindest habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, was wir da hätten machen sollen. Ha? Oh, oh! Wir können in den... Was ist da für ein Reindaschen? Bin ich jetzt? Ähm... Okay. Gehe ich gerade hin? Was ist das für ein ewig langer Weg? Moment. Kann ich hier raus? Nee, ich bin immer noch tiefer. Hä? Was ist das für ein Weg? Ähm... Das ist alles. Ich habe einen Weg aber die Karte gefunden, die ich nur mit Dashen erreichen kann. Das war's. Ähm... Scheinzug. Was ist denn? Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich bin jetzt hier im Wasserfall. Bin reingegangen, hier im Wasserfall. Ah, ein Direktweg oder was? Ich habe eigentlich gehofft, ich würde irgendwie bei dieser einen Kiste rauskommen. Hm. Was habe ich hier jetzt? Was habe ich hier jetzt? Was ist denn da schon mal? Oder nicht? Moment. Ich nehme jetzt das Feuer. Statt ein Eingang nehmen wir das Feuer. Statt ein Eingang nehmen wir das Feuer. Hm. Keine Ahnung, was wir uns bringen sollen. Wie war ich denn hier schon mal da, wenn ich diesen Weg noch nicht kannte? Gibt es hier noch einen Geheimgang? Gibt es hier noch einen Geheimgang? Nee. Okay, ich check's nicht. Was soll das mir bringen, wenn ich... Ich hätte echt gedacht, dass das jetzt der Weg ist, um an diese Kiste zu kommen. Aber einfach nö. Aber einfach nö. Ich verstehe nicht, was ich hier soll, wenn ich schon so einen Geheimgang finde. Ich kann also hier rüber. Jetzt geht auch hier wieder bei dem... So. Das fackelt jetzt aber nur. Ich kann das leider nicht lesen. Ich kann das leider nicht lesen. Was? Was sind wir hier hinter? Aha. Haha. Okay. Ein sinnloser Weg mehr. Das leuchtet doch. Wir haben zwei komische Items gekriegt. Wir brauchen einfach nur noch mehr Türen. So. Das war ein Rätsel. Ich hab keine Ahnung. Das sieht aus, als wenn sich die Welt nochmal drehen kann. Ich hoffe nicht. So. Ist hier noch irgendwas? Da kann ich nicht rein. So. Hier ist eigentlich auch nichts. Oh. Habe ich noch mehr Türen? Ich weiß es nicht. Ne. Hier ist sicher nichts. An der Wand oder so. Schade. Nein. Da haben wir nicht voll. Moment. Hier war ich schon, ne? Genau. Da war ich schon drinnen. Hier war glaube ich nicht. Viel. Na genau. Hier war nur ne Info. Hier kann ich rein. Achso. Das war ja der Weg. Stimmt. Da war schon ein bisschen sinnlos. So. Was soll mir dieses Ding sagen? Hier. Das sieht aus wie ein Haken. So. Hier war das mit dem Turm, ne? Ja. Hier war es mit dem Turm. Das hat uns leider nicht geholfen. Stimmt. Hier war es mit dem Turm. Da 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 da. Tü Linux. Der soll wipes sein. Tüschul Wrong. Achso, was wird jetzt das hier? Moment, ich will mal kurz was vergleichen. Wenn jetzt hier die unsichtbaren Wände sind. Ups. Kann ich ja nur... Ich kann hier links lang. Ach, das drückt ja nicht mal wieder drauf. Irgendwas, was so ungefähr dem entspricht an Info. Das hier, ja genau. Das hier unten rechts. Das ist das Geheimnis. Genauso bin ich gerade gelaufen, dass ich da ankomme. Aber das... Was soll mir das helfen? Hm. Und das hier? Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Das ist irgendein Haken. Ein P. Komischer Stuhl oder sowas. Was ist die Schachbrettenmuster? Was muss ich da machen? Und was ist das hier eigentlich? Zerschneiden? Ich muss was zerschneiden. Dann kann ich da was schießen. Danach kann ich wohl... Schießen plus schneiden. Zusammen plus Anker. Ich weiß halt nicht, wo das hier sein soll, ne? Hm. So, und was sagt mir das hier? Eins, zwei... Okay, die Schrift ist auch dasselbe bei eins und zwei hier oben. Hier ist halt noch was, was ich noch nicht kenne, ne? Plus die war da oben. Und das da kenne ich halt auch alles nicht. Geheimnis-Treffpunkt. Wo ist dieser Geheimnis-Treffpunkt? Hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts. Hm. Ich sag bestimmt mal zusammen, aber das ist irgendwas mit einer Quelle. Aber mir fehlt halt eine Seite. Die genau hier zwischen ist. Dann würde ich wahrscheinlich... So, was habe ich denn hier? Genau, ich soll hier diese Türen öffnen. Der goldene Pfad, 49. Was sagt mir denn die 49? 49. Und dann der Monolith. In der Oberwelt. So, verborgene Geheimnisse. Heiliges Kreuz. So, da ist ein... Orangener Pfeil. Da wo Schmetterlinge sind vielleicht, keine Ahnung. Die haben die gleiche Farbe. Dann, äh... Irgendwas Buntes. So, das sein soll... Keine Ahnung, 49. Der goldene Pfad. Den soll ich ja eh finden. Dann bei der Ober... In der Oberwelt kann ich jetzt den Monolithen finden. Den Monolithen kennen wir ja. Den haben wir geöffnet. Das ist beim Wasser da oben gewesen. Das hier waren wir halt noch nicht, glaube ich. Und dann das da. Wollen wir das jetzt genauer ist. Ich weiß ja nicht, wo die beiden unteren sind. Oben haben wir so... Warte mal, das ist im westlichen Pf... Das ist doch im Westwald, oder? Wir gehen aber zum Westwald. Da waren wir noch nicht. Kann man einfach drüber jumpen. So... Vielleicht haben wir da auch noch mal was. Machen Darf ich jetzt hier hin, weil wir schon irgendwas gefunden haben. Ich denke nicht. Weil das ist sonst zu einfach, aber man weiß ja nie, nö. Wobei, warte mal. Haben wir die Maske tragen? Geht das vielleicht? Wow, trotz Maske. Okay, das ist nicht gewollt, dass wir da hinkommen. Schade. Moment, soll ich das Feuer eigentlich anzünden? Kann das sein? Nee. Okay, schade. Ähm. Ich hoffe, es ist trotzdem, um neu hinzugehen. Wir können es natürlich auch speichern. Oder wir landen wieder beim nächsten Speicherpunkt. Wir werden trotzdem die Maske aufsetzen. Nee, ich darf einfach nicht. Wow. Das ist ja merkwürdig. Also ich darf da wirklich nicht weiter. So, dann muss ich wohl mal speichern. So, ich probiere den Code noch mal aus. Tut sich gar nichts. Jetzt wird es nicht von den Punkten ausgesehen. Wo muss ich es zu den Punkten hin? Nee. Auch nicht. Was ist eigentlich über den? Was, wenn ich hier von der Rückseite aus denken muss. Ähm. Ähm. Nee. Ach, egal. So. Ich muss in den westlichen Wald noch mal rein. Kann mich da noch mal am besten. Oh. Hier wollte ich es zwar eigentlich nicht hin, aber ich kann trotzdem mal kurz gucken. So, haben wir zu dir auch ein... Ich glaube, ja. Achso. Nur das Zahnbrätsel. Ich weiß es nicht. Schade, schade. Wie da kann man lang? Das war sehr Zufall. Mal gucken wollte, ob man da irgendwie auch eine Kante hat. Okay. Wo zu hänker bin ich? Ich darf hier auf jeden Fall hin. Okay. Habe ich hier noch was auf der Rückseite? Achso. Warte mal, ist die Eiswelt. Wo fände ich aus, die Eiswelt? Ach. Guck mal an. So bin ich hier gelandet. Aha. Aha. Interessant. So. Speichern. Wo komme ich ja hier doch hin? Ich dachte, es ist ja alles versperrt, aber... Okay. Wo bin ich durch die Eiswelt hier hergekommen? Nicht schlecht. So, Kloster. Warte. Woah... Eigentlich irgendwo... Auch noch was. Nee, hier darf ich nicht weiter. Schade. Nee, er traut sich nicht. Wow. Warum greifst du uns an? Okay, sie hassen uns. Was? Wieso ist denn so ein Viech jetzt hier drin? Gut, dass wir gerade gesprechert haben. What? Und warum greift das uns an? Ich dachte, die werden Freunde von uns. Wow. Okay. Gut. Ja, gut, wir wissen, dass so ein Viech hinter uns auftaucht. Vielleicht hilft uns das, wenn wir es besiegen können. Wir machen das Schluss für heute. Gucken beim nächsten Mal, ob wir das, ja, go kriegen. Und, ähm, spannend. Gut, ich bin hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.